Als wir unten vor Omas Haus standen, hatte ich also ein ziemlich großes Problem. Ich hatte immer noch Rosenblüte und Rosenblüte hatte niemanden sonst auf der Welt. Da war es ja klar, wer sich um sie kümmern und wer für sie sorgen musste. Aber ich hatte keine Ahnung, wie man das macht bei einem Mädchen, das nicht mal Pfandkuchen mag, nur Wachtelbrüstchen in Sherry. Hat deine Fee irgendwas gesagt, wann sie dich wieder abholt, hab ich gefragt. Oder wann sie dich zurückzaubert. Es konnte ja sein, dass das Ganze nur für ein paar Stunden gedacht war. Dann konnte ich mich natürlich gemütlich mit Rosi in die Eisdiele setzen und warten. Rosenblüte hat den Kopf geschüttelt. Vom Wein hatte sie zwei graue Streifen auf den Backen und ihre Haare waren auch ganz zerzaust. Allmählich sah sie überhaupt nicht mehr königlich aus. Oder musst du irgendeine Aufgabe erfüllen, hab ich gefragt. Dann hätte ich ihr vielleicht aber helfen können. Durch sieben Elfen beinahe Tore schreiten zum Beispiel. Oder das Wasser des Lebens finden. Oder das Rätsel des Seins aus dem Mund einer gefährlichen Swings ergründen. Sie muss doch irgendwas gesagt haben, deine Fee. Aber Rosenblüte hat wieder nur den Kopf geschüttelt und mir ist eingefallen, dass es eigentlich auch immer die Prinzen sind, die die Aufgaben lösen müssen. Dafür kriegen sie am Schluss die Hand der Prinzessin und das ganze Reich. Prinzessinnen sind eigentlich immer nur dazu da, gekriegt zu werden. Oder sie schlucken giftige Äpfel. Oder stechen sich an einer Spindel mit Schlafmittel. Das macht es wirklich nicht leicht, herauszukriegen, was Rosi zu tun hatte. Ich schlag mal zu Hause im Märchenbuch nach, hab ich zu Rosi gesagt. Nur durch Heulen konnte sie sich bestimmt nicht erlösen. Eine Aufgabe gehört dem Märchen immer dazu. Prinzessin Rosenblüte hat doch ganz dankbar geguckt. Ich glaube, sie wartet immer nur darauf, dass andere alles für sie tun. Aber das wird sie sich noch abgewöhnen müssen. Bei mir kommt sie damit nicht durch. Es war ein Glück, dass gerade Donnerstag war, weil da immer Mamas langer Tag ist und ich bei Oma zum Mittag esse. Ich hab mir gleich gedacht, dass Mama mir die Geschichte von Rosi nicht glaubt. Aber wo Oma sich doch so für Königshäuser interessiert, hilft sie mir bestimmt. Keine Sorge, Rosi. Meiner Oma fällt schon was ein. Hab ich gesagt, als ich sie endlich bis zu Omas Haus geschleppt hatte. Die weiß vielleicht, ob ihr mit einem Königshaus verwandt seid. Ich hab mir nämlich gedacht, dass wir sie dann ja zu denen schicken könnten. Vielleicht waren die Könige aus dem Reich der Schwäne ja Cousins von den Engländern oder von den Schweden. Die Königshäuser sind doch alle immer verwandt. Und die konnten sich dann ja auch um unsere Cousine Rosenblüte kümmern. Und ich wäre diese Sorge los. Es ist nämlich wirklich kein Zuckerschlecken, mit einer Prinzessin im rosa Kleid und mit einer Krone auf dem Kopf durch die Stadt zu gehen. Das kann sich ja jeder vorstellen. Vor allem mitten im Sommer, wenn kein Fasching mehr ist. Wenn man das einmal gemacht hat, ist man gar nicht mehr so begeistert davon, seine Prinzessin zu behalten. In Omas Treppenhaus haben wir natürlich wieder Frau Wiedermeier getroffen. Die treffe ich immer, wenn ich zu Oma gehe. Oma sagt, die hat wohl sonst keine Arbeit als vornehm zu tun und hinter ihrer Wohnungstür zu lauern, ob jemand die Treppe raufkommt. Dafür hat sie sogar ein kleines Loch mit Vergrößerungsglas in ihrer Tür. Das heißt Spion. Oh, du hast eine Freundin dabei, hat Frau Wiedermeier gesagt und mit einem Lappen ihre Tür abgewischt, als wäre sie nur deshalb gerade aus der Wohnung gekommen. Und was für ein schönes Kostüm. Feiert ihr gerade Fasching? Oma hat wirklich recht, wenn sie sagt, Hochnäsigkeit ist ein Kind der Dummheit. Noch dümmer kann ja keiner sein. Karneval im Juni, das ist ja der größte Blödsinn der Welt. Ich habe also ganz höflich, nein, Frau Wiedermeier gesagt. Und da hatte Oma, Gott sei Dank, auch schon ihre Tür aufgemacht. Oh, du bringst eine Freundin mit, hat sie gesagt. Genau wie Frau Wiedermeier. Na, das finde ich aber mal schön. Ich back uns einfach ein paar Pfannkuchen mehr. Es ist nämlich so, dass Oma mir donnerstags immer mein Lieblingsessen kocht. Das sind Pfannkuchen und Spaghetti und Fischstäbchen und ganz vielleicht noch Kartoffelbrei mit Erbsen aus der Dose. Nein, und wie hübsch du dich gemacht hast, hat Oma zu Rosi gesagt. Fast wie eine echte Prinzessin. Warst du so auch in der Schule? Ich habe ganz schnell die Wohnungstür hinter uns zugezogen. Wer weiß, wo Frau Wiedermeier Rosis Geschichte sonst überall rum erzählt. Dann habe ich einmal Tiefluft geholt. Halt dich fest, Oma, habe ich gesagt. Das hier ist Prinzessin Rosenblüte. Sie ist eine echte Prinzessin. Und ich habe gedacht, jetzt schlägt Oma die Hände zusammen und macht einen Hofknicks und sagt, wie wunderbar, dass sie das noch erleben darf. Und sie fängt ein ganz vornehmes Gespräch an mit Rosenblüte, weil sie sich doch auskennt. Aber das hat Oma leider überhaupt nicht getan. Na sowas, hat sie gesagt. Überhaupt kein bisschen erstaunt. Setzt du dich damit auf Sofa, Rosenblüte? Und sie hat noch einen Teller auf das Wachstuch gestellt. Da habe ich gemerkt, dass Oma denkt, wir spielen ihr nur was vor. Weil ich doch so oft sowas spiele, dass ich eine Prinzessin bin zum Beispiel oder eine Notärztin oder Steffi Graf. Da war es ja kein Wunder, dass Oma geglaubt hat, die Geschichte ist nicht wahr. Nein, Oma, ganz echt jetzt, habe ich gesagt. Ihre Fee hat sie verbannt, aus dem Reich der Schwäne. Und ich habe gewartet, dass Oma jetzt sagt. Ach, aus dem Reich der Schwäne. Natürlich, das ist ja eine Nebenlinie des englischen Hauses Windsor. Aber Oma hat nur weiter Teig in die Pfanne gekleckst. Das Kleid ist wirklich sehr hübsch, hat sie gesagt. Aber wascht euch zuerst mal die Hände. Nach dem Spiel und vor dem Essen, Händewaschen nicht vergessen. Oma, habe ich gerufen, glaubst du mir etwa nicht? Das ist Rosenblüte aus dem Reich der Schwäne. Händewaschen, hat Oma gesagt. Da kenne ich kein Pardon, auch bei Prinzessin nicht. Und weil ich weiß, dass das stimmt, bin ich mit Rosi ins Bad gegangen. Wer ist das Weib, hat Rosi gefragt. Eine Bedienstete? Sie spricht so frei heraus. Da habe ich ihr einen Vogel gezeigt. Meine Oma, eine Bedienstete. Das ist doch meine Oma, Rosi, habe ich gesagt. Die sich mit den Königen auskennt, habe ich doch erzählt. Aber Rosi hat es noch immer nicht begriffen. Ihre Großmutter? Hat sie gefragt und ganz erschrocken ausgesehen. Ein armes Weib? Da bin ich aber böse geworden. Zu meiner Oma darf keiner Weib sagen. Und arm ist sie schon lange nicht. Sie hat ja schließlich ihre schöne Rente. Aber Rosi hat sich sowieso schon nicht mehr für Oma interessiert. Sie ist zwei Schritte zurückgegangen und kalkweiß im Gesicht geworden. Oh, sieh sie doch, schnell, hat sie geflüstert. Das Wasser rinnt aus der Wand. Und sie hat auf den Wasserhahn gezeigt und ausgesehen, als ob sie gleich in Ohnmacht fällt. Wo soll es denn sonst her rinnen? Hab ich gefragt und ihr die Seife in die Hand gedrückt. Aus dem Fußboden? Das wäre ja unpraktisch. Aber ich habe natürlich keine Ahnung, was sie in Schlössern so alles haben. Rosi hat sich immer noch nicht die Hände gewaschen. Sie hat nur furchtbar ängstlich ausgesehen. Und da habe ich begriffen, dass sie in ihrer alten Zeit ja bestimmt noch keine Wasserhähne hatten. Da haben sie in Holzzubern gebadet und die Prinzessin vielleicht in Eselsmilch. Keine Sorge, ist schon okay, hab ich gesagt und den Wasserhahn zu und wieder aufgedreht, damit sie sehen sollte, er ist nicht gefährlich. Und ich habe mir gedacht, dass ihre Fee vielleicht solche Sachen gemeint hat, als sie gesagt hat, Rosenblüte sollte die Welt kennenlernen. Dann konnten wir ja gleich damit anfangen. Als wir zu Oma zurückgekommen sind, waren die Pfannkuchen schon fertig. Mit Apfelmus? hat Oma gefragt und Rosi die Schüssel hingehalten. Oder nur mit Zucker. Aber Rosi hat auf ihren Teller mit den Pfannkuchen gestarrt und dann hat sie ganz erschrocken den Kopf geschüttelt. Ich danke ihr, gute Frau, hat sie geflüstert und den Teller mit den Fingerspitzen von sich weggeschoben, als ob es ihr eklig war. Als ob es bei meiner Oma schmutzig ist. Na, das ist ja vielleicht eine Nummer, hat Oma gesagt und gelacht. Übt ihr das für irgendwas? Sollt ihr für die Schule aufschreiben, wie die Leute darauf reagieren? Ob irgendwer euch glaubt? Ist es so eine modische Hausaufgabe? Da bin ich doch langsam ungeduldig geworden. Ich habe mir ordentlich Apfelmus und ordentlich Zucker auf meinen Pfannkuchen gekippt und ich habe es noch einmal versucht. Oma, habe ich gesagt, sie ist wirklich echt. Du kannst doch wohl eine echte Prinzessin erkennen. Aber Oma hat nur gesagt, jetzt wollen wir aber mal ordentlich essen. Und zwischendurch hat sie Rosi angeguckt, wie sie so ganz starr da gesessen hat und hat sich nicht gemuckst. Oh, meine Güte, Kind, hat Oma gesagt und gelacht. Du machst es wirklich gut. Aber dann ist dir wohl aufgefallen, dass Rosi gar nichts isst. Und sie hat Rosi gefragt, ob sie keine Pfannkuchen mag und ob sie lieber was anderes möchte. Rosi hat genickt. Wenn sie so gut sein will, gute Frau, hat sie gesagt. Wachtelbrüstchen vielleicht, in Sherry und dazu... Was? hat Oma gerufen. Na, du bist ja heiter. Und dann hat sie gesagt, man muss auch wissen, wann ein Spiel zu Ende ist. Und Rosi kann Grießbrei haben oder ein Käsebrot. Entscheide dich, Eure Majestät, hat Oma gesagt. Und sie hat schon nicht mehr so freundlich ausgesehen. Da hat Rosi so vor sich auf den Tisch geguckt. Und wenn man genau hingesehen hat, konnte man erkennen, dass ihre Unterlippe gezittert hat. Wie bei einer, die gleich anfangen will zu weinen. Sie hat nämlich eigentlich ziemlich hungrig ausgesehen. Aber Oma hat schon den Tisch abgeräumt. Wer nicht will, der hat schon, hat sie gesagt. Bestimmt war sie auch ein bisschen beleidigt, weil Rosi nichts bei ihr essen wollte. Und ich konnte überhaupt nicht verstehen, warum Oma Rosis Geschichte nicht geglaubt hat. Bestimmt hätte sie ihr sonst doch Wachtelbrüstchen gebracht. Danach sind wir ziemlich schnell gegangen. Was sollten wir denn noch bei Oma, wenn sie uns sowieso nicht geglaubt hat? Nicht mal Oma! Da würde uns Mama ja schon überhaupt für verrückt erklären. Oder meine Sachkundelehrerin. An der Wohnungstür ist Rosi plötzlich einen Augenblick stehen geblieben und hat Oma angelächelt. Dann hat sie ihr die Hand hingehalten. So fast unters Kinn. Wie man es tut, wenn man will, dass einer sie küsst. Aber Oma hat ihr natürlich eins gehustet. Tschüss, mein Emmerkind, hat sie gesagt und mich einmal ganz fest an sich gedrückt. Und lebt wohl auch Majestät. Da hat Rosenblüte ihre Hand von Omas Kinn genommen. Hat sie denn ihren König lieb? Hat sie gefragt. Dann ist sie hinter mir her ins Treppenhaus gegangen. Ich habe Oma noch lachen hören, als unten die Haustür längst hinter uns zugefallen war. Ich habe Oma noch lachen hören, als unten die Haustür längst hinter uns zugefallen.